So, jetzt noch ein Video, wie ich das Harmonium schließe. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Also das erste ist wichtig, dass wir gucken, dass kein Ton mehr drin ist. Das heißt, mit dem Finger einfach auf irgendeinen Ton, zieh den Blasebein an und dann hört man den noch und jetzt ist er weg. Und wenn er weg ist, kann ich das hier zu machen. Dann ist es wichtig beim Einpacken, dass wir die Knöpfe hier vorne haben. Also wenn die Knöpfe hier draußen sind, in der Regel ist es immer der erste und der dritte, die ersten beiden großen, dann wieder rein. Denn wenn ich es runter machen würde ohne die Knöpfe, dann würde es nicht reingehen. Hier siehst du nochmal an der Seite diese kleine Hilfe, um das Harmonium einzufahren. Das ist wirklich einfach hier. Ich klicke das nach oben und dann fährt es eigentlich schon voll alleine ein. Und dann kommt nur noch der Deckel drauf, der liegt jetzt gerade woanders. Wobei, ich hole ihn kurz einen Moment. Einmal hier den Deckel und dann kannst du das Harmonium schließen. Es ist ein sogenanntes Kofferharmonium. Ach, habe ich das hier richtig reinklicken lassen? Ne? Dann machen wir das nochmal. Also wichtig ist auch, dass es hier richtig hinten einklickt in die Scharniere. Das spürt man alles. Es geht auch alles ganz einfach. Und dann macht man es zu. Und dann sieht das Ganze aus wie ein Koffer. Wie ein Kofferharmonium. Dass du dann irgendwo platzsparend hineinschieben kannst. Oder gegebenenfalls irgendwo drunter schieben kannst. Ja, das ist das neue Kirtan Premium bei mir im Sortiment. Das ist das neue Kofferharmonium. Das ist das neue Kofferharmonium. Das ist das neue Kofferharmonium. USG auf eine Kofferharmonium? Vielen Dank.